Ich würde ganz gerne nochmal was denken, die Widersorge, dass da jetzt massig Menschen kommen würden und Anträge stellen, nur um die Teilhabeverkehr zu bekommen. Ich glaube, den Aufruf macht sich einfach gar keiner. Weil das ist ja ein riesen Ding, diese nervigen Anträge zu stellen, nur um diese Teilhabeverkehr zu haben. So groß ist der Profit dann ja quasi eigentlich auch nicht. Und wenn man das vielleicht mal mit einbedenkt, dann ist das Risiko, was man da irgendwie großartig in den Sand setzt, vielleicht gar nicht so groß. Und mal ganz ehrlich, wenn es Leute tatsächlich nötig haben, diese Anträge zu stellen, auch wenn sie diese Leistung nicht bekommen, dann sind sie wahrscheinlich doch so stark im Geld drücken, dass es gar nicht so schlimm ist, dass sie auch diese Teilhabe-Karte bekommen.